wir müssen ihn stoppen letzte nacht hat josef ein mann erwürgt ich habe ihn so gewalttätig gekannt habe ich nie so gewalttätig gekannt als die verrücktheit ist als die junge ich bin hochgegangen zu so einem haus ich bin auf dem berg wie du musst den berg hochkommen ich hab die kirche gefunden komm hoch ich brauch den schlüssel ich hab angst da da ist das licht ich mache nicht wie macht die türen wir wissen schwein ich bin tot oder so laufen wir haben rechtsklick wo ich sehe ihn hier hast du mich jetzt wirklich allein gelassen ich höre da was was ist das habe keine die hast du streichen liegen hier aber ich kann nicht zwei gegenstände ich bin survivor oder so aber da nur da ist wir davor ja er geht gerade rein wir haben ihn angelockt hallo geht in den schrank was das für ein versteck wo gibt es hier den schrank der hinter dir ist ein killer oh mein gott oh gott der steht da am kaktus was ist mit ihm was ist mit der oh gott da kommt der geist demie pass auf was auf welcher geist der fliegt da doch da fliegt ja da du jeder bist er kommt er kommt da ist der geist hier gibt es noch mehr heute waffe gezogen ist er weg kann ich dich retten hilfe wo seid ihr denn jetzt ist gar nicht so geil ich rette dich das ist der boss der killer ja ich hab dich er achtung geschieht wieder wenigstens eine die hier hilft ja gut ich bin ehren was ich geh gerade in den keller jungs falls ich sterbe ihr wisst ich bin hier zum raum wenn der runter kommt ich bin stark ich muss springen fall schaden gibt es nicht er springt auch okay ich renne in die bank ich komme gerade rein und ich renne jetzt die treppe oh mein gott er ist genau hinter mir ich bin tot ich wurde geopfert von julie einfach habe ich die verkauft umgebracht jetzt hätte ich will das ist wieder auf ja klar aber der typ ist da keine munition wieder reinkommen kommen ja okay alles gut okay du lebst bank schließt schlüssel hat den wer ja ne doch da war ich schon und da geht nirgends rein julie hier hier wir wollen kein geld ja da gehe ich in den schrank er steht da übrigens vor dem saloon gerade ja da bin ich drin hey willst du den wegziehen wir sollten trotzdem noch brennt das jetzt nicht direkt jungs 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 juli was denn was seid ihr ich finde jungs rettet mich er kriegt mich nicht ich bin sieben prozent schneller er kriegt mich nicht wo seid ihr jungs jungs juli das sagen wir ja nicht sonst kommst du her kommt bitte oh gott hier fliegen bücher rum oh gott er hört sich aber an der welt wäre direkt neben mir sicher dass er bei dir ist julie jungs ich trau mich nicht raus julie julie wenn wir stehen stehen bleiben stehen bleiben stehen nein warum bleiben stehen julie hier vorne musst du das buch einlegen dass es leuchtet man nicht gerade hier hier rein ich renne weg er hat mich jetzt gleich ich hab dich gerade gerettet ich bin ich bin verletzt stufe vier geht ja richtig ab wer hier ist dann sturm ist oh mein gott stop ihn wenn der rennt er rennt richtig aber eieieiei oh nein brauche ich ich habe ich wurde schon wieder angeschossen hilfe julie das ist in meinem haus julie jetzt hilfen wir mal was soll ich helfen macht die geister weg da ich habe dich gerettet okay ich habe alles unter kontrolle den manche auch noch ich habe keine taschenlampe bei kei jubus ich habe es wieder aufgeladen ich rette dich wieder aufgeladen jetzt wir werden gegessen er guckt er verwandelt sich aber der steht gerade der kennt uns aus irgendwie klingt als hätte der magenverstimmung wer ist denn da so wütend jungs er rettet unser haus da gibt ihn lass mich da rein hilfst du doch und sagt ihr mir denn nichts er steht an der ecke und guckt in die ecke da nur der steht da guck mal der steht da hier liegt oder der steht da noch was ich denn jetzt hast du das buch was macht der da oben okay ich bin doch manche wo warst du denn ich bin doch nicht im schrank gewesen ich bin daneben ich habe geistert gekillt du schreist nur um und holz rum und läuft weg ich habe angst das ist ein unterschied ich glaube ich natürlich ich wieder was ist wenn man keine taschenlampe mehr hat ich füge jetzt ein buch hier oben ein ja warte ich glaube ich bin gestorben ja der geister war in mir ok was mache ich mit dem sheriff buch das muss den sheriff julie ja ok ja ok was ich bin jetzt bin ich tot ich hatte doch eins in der hand ich sterbe jetzt auch zu viele geister ich bin auch tot left for dead viel zu lang gebraucht am ende ja ich habe den kirche aufgemacht nein ich habe den kirchenschlüssel aufgehoben der erste jaja der erste ist normal tschuldigung wex hat letztens das wort kirche geübt doch was hat bayern aus ihm gemacht was schrecklich hatte dauernd die schlimmen jumpscares du bist ja jetzt gewohnt jetzt geht's ab ich habe angst ich habe probleme ich bin im schrank der holt mich oder ich bin bereit ich komme wieder hoch ich komme wieder hoch ich komme direkt wieder hoch wo ist er wo ist er ich weiß nicht ob er bei mir ist ich bin im schrank ich bin im schrank er ist verwirrt wir haben ihn wir haben ihn untergreifen brennt er kommt er kommt er ist da drin ich halte drauf er ist da in der kirche gerade drin wenn wir da ich wurde beschossen hey pass auf überlebt ja das ist gut weil das ist das letzte was das ist im letzten haus was war das für eine krähe aber das kann ich nicht einsetzen du bist du mich nicht mehr so gut meine taschlappe hält nicht mehr ewig kate ich kann das buch nicht aufhören es ist doch nicht fertig die scheiße wo seid ihr denn ich her wollte ich bin im hotel ich bin im saloon du bist ja eh lost okay 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 hopp 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 Achtung er kommt dir entgegen Juli sehr gut gemacht okay es geht gerade die straße hey du hältst die tür jetzt geht es halt schon ab ne aua die geister richtig jetzt oh scheiße wir sterben jetzt an den geistern wir haben 30 geister hier brennt die alle mit einmal weg ich mach das eine buch ich sterbe ich sterbe die geister ich sterbe ich sterbe wie er durchgezogen hat sehr schnell ich sterbe wieder jungs es geht nicht 30 geister ja er rennt raus Achtung er rennt zu euch oh nein verdammt wie geister waren es wieder oder ja wir dürfen dadurch gegen geister ja wie sloan einen dann so ja aber an den geistern die kriegst du kannst ja alle mit einer tasche lande weg ja was sehen wir hier ja er trinkt was er hat doch gar keinen mund juli guck mal hinter dir hey oh gott das bist du da geht euch hinterher ich mach Feuer drauf haha ich bin krass ich hab Bock er kommt zu dir ich bin da 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 er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er ist dumm alles gut okay du läufst auf ihn zu Ich bin down. Kay ist tot. Er steppt vor meiner Hütte rum. Ohne du? Boog. Boog. Er kommt loslaufen. Bank unten. Oh shit. Haben wir noch ein Boog mehr, ne? Ne, aber drei fehlen noch. Ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Und dann noch Stall und Bank. Ich komm hoch, ich komm hoch. Ich mach schnell Stall. Kay, er kommt zu uns. Kay, er schießt. Kay, ich bin zu uns. Kay, ich bin zu uns. Kay, ich bin zu uns. Kay, er kommt. Kay, er kommt. Das Buch ist auch noch neben hier. Jungs, ich bin zu. Ja, Julie. Ja, Julie. Ich weiß nicht, was gerade besser ist. Was denn das? Ihr braucht nicht. Ich werd euch nachher retten. Ihr seid fliehen. Habt ihr das Buch schon? Ich hab es. Ich hab den Kanister. Ah, Geister. Oh mein Gott, ihr schafft es. Hammer. Ja, hallo. Let's go. Die sterben hier alle, die Geister grad. Die sind hier alle gestorben vor mir. Rabandine. Diesen Nemesis. Oh Gott, das ist ein wahres Gesicht. Was? Das sind nur leere Drohungen. Das ist nur leere. Das ist nur leere. Ich bin zu ihm. Das ist nur leere. Ich bin zu ihm.